Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer von Pixelspaß und mir und alle, die sonst noch zuschauen. Wir spielen wieder Pixelmon und wir sind Team Aqua und zusammen bin ich wieder mit Pixelspaß unterwegs. Heute ist alles durcheinander, ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, ich muss mal gerade meine allen kampfunfähigen Pokémons teilen. Ich weiß nicht warum, ihr habt es ja wahrscheinlich sogar gesehen. Wo ist denn jetzt mein Boot hin? Eben war das noch hier. Ich meine, das kann doch nicht mein Boot sein, was da draußen schwimmt. Wie ist das da hingekommen? Ich bin doch nicht... Ich hab doch keinen Bauchplatscher gemacht. Na gut. Das war's wohl doch. Zurück zu den Gesteins-Pokémon und diesmal vielleicht kein 35er angreifen, sondern ein 30er oder so. Gott sei Dank, ey, da hat mich gerade ein 50er angegriffen. Du konntest fliehen? Ja. Ich sehe auch gerade, ich hab nicht eingetragen, folgen Ende, das muss ich noch gerade machen. Folgen Ende. 21. Start. Ich greife hier die ganze Zeit ein Pokémon an, dann treffe ich es einmal und dann ist es aus dem Kampf raus. Ja, das ist ein Fehler. Der müsste auch da stehen unten. Please contact the mod author oder sowas. So, langsam ankommen. Vielleicht nicht wieder das Boot mitten in den Ozean Glitche. Bist du schon hier? Das fährt einfach weiter. Was? Bist du schon hier? Ja, ja. Fährt dann einfach noch ein Stück, wenn du ausgestiegen bist. Ja. Geh in der Richtung. Cool, dass wir uns echt mal satt essen können hier. Ah, den Fisch hast du mitgenommen? Ja. Oh, ein 50er, das ist der, der, glaube ich, dich eben auch, der Geronimatz. Bist du ein Vogel oder sowas? Ja, genau. Hier ist ein Dick da mit Level 11, das ist mir... Ah, das greift es an. Gut, noch was platt. So. Der Lunior, den müsste ich doch besiegen können. Ja. Ich level mein Endtone. Oh, Iron Ingets gab's da. Oh, hier ist ein Trainer. 36, ja, gerne nicht. Eilino. Das wurde mir gesagt, soll ich fangen. Okay. Aber nö. Das ist Level 8. Ich glaube, ich fange nicht mehr so niedrige Pokémons. Dauert viel zu lange zum Hochleveln. Das dauert zu lange, genau. Cool. Ich bin raus, mein Endtone. 2 Level gemacht. Da ist der nächste. Oh, der ist Level 30 wieder. Oh, was hinten auch so schön ist. 31, 27. Den können wir mal angreifen. Ach komm. Oh, komm. Da. Das ist heftig. Hast du den 50er angegriffen oder was? Ne, den 27er und der macht mich schon so gut wie. Ach, wieso mache ich den Lehmschuss? Irgendwas stimmt mit meinem Anton nicht. Wieso? Es packt manchmal rum. Komponfähig. Ey, das gibt's doch nicht. Kabuto, das ist... Heiße. Jo. Und wieder, alle tot. Ey. Nicht dein Tag heute war. Oh, dich gravierbar an. Hä, jetzt lebt man Anton wieder, was soll denn das? In Not lockst du dich mal aus und nochmal ein? Aber das spinnt immer rum, ne? Ich mein Anton, ja. Seitdem ich es habe. Ihnen folgen. Das ist ein bisschen dumm. Das ist echt schade. Was soll denn hier an der Sonne? So, und wieder zurück. Also ihr kennt den Weg ja jetzt schon. Eine besonders lustig. Ein... Dumissel. fascinated invested, ja. Aber ich sag mal, so mehr als... äh.. ..die Gesteinspakon mit Wasserattacken angreifen kann自己 halt nicht machen, ne? Ja. Oder ich bin so blöd und greife ein fliegendes Pokémon mit Lehmenschelle an, obwohl ich gelernt habe, dass es nichts bringt bei einem fliegenden Pokémon. Das hat keine Wirkung. Aber an sich ist Lehmenschelle ein geiler Angriff. Ja. So. Und da raus. Diesmal habe ich in die richtige Richtung geschossen. Aber hier noch. Ein Rihorn. Wasch mich nicht, Rihorn. So. Ich glaube trotzdem, dass das die richtige Strategie ist, die wir jetzt machen. Da hinten kämpfen und nicht hier vorne. Glaube ich aber auch. Ja, ich habe auch noch Tränke. Aber dazu muss ich ja erstmal aus einem Kampf entkommen. Ich habe jetzt gar keine mehr. Ich habe meine gerade alle aufgebraucht. Okay. Na gut, im Kampf kann ich natürlich auch noch einsetzen. Aber egal. Äh. Es ist halt, wenn du gewonnen hittet wirst, oder getu hittet, dann ist es meistens sowieso unsinnig, in den Trank reinzufahren. Bei dir klopft's. Ja. Ich habe einen besuch gehabt. Ähm. Oh, da steht ein. 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 Rizzeros, level 44. Vielleicht ein wenig heftig. Glaub auf. Nein, ich nicht. Und ich fahre voll gegen die Wand. Rotrot, 25. Ja, nice. Ja. Ich glaube, das ist eine Psycho-Attacke. Ja, das ist eine Psycho-Attacke. Hey, nice. Du hast es gekriegt. Ja, mein Anton. Level 29. Psycho-Attacke. Was mache ich denn dafür weg? Stärke 80. Treffer 90. Platser, Stärke 40. Aber Treffer 100. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist schon wieder mein Pokémon. Das war drei Viertel voll. Und mit einem Schlag hat es mich getötet. Gesteins-Pokémon? Wundert mich aber. Keine Ahnung, was das war. Warte, das war ein Schuckel. Ich finde es so blöd, dass es halb Deutsch, halb Englisch ist. Warte. Ich habe ja schon Pottrott. Okay, das war Käfer-Käfer-Gestein, ja. War aber halt Käfer. Aber Käfer müsste aber normal bei uns sein, also. Würfte keine große Auswirkung haben. Ja, eigentlich. Aber wer weiß, wie der Tier bei Minecraft ist, oder? Ja, was mache ich denn jetzt? Das ist... Wieder mein Pokémon wechseln. Was greifst du denn gerade an? Nein. Ah, ja. Sind die Mantour? Ja. Das kenne ich auch nicht. Und jetzt werde ich angegriffen von einem Gollet. Ja, das ist aber nur Level 18, das müsst ihr wegkriegen, glaube ich. Ja, aber ich bin fast tot. Achso, oh. Achso, nee, nur das Kabuto. Das ist okay. Geht. Kriegen wir... Ja, krieg ich hin. Locker. Aber ich müsste auch zurück. Meine Attacken haben keine Dinger mehr. Ich kann die nicht mehr benutzen. Oh, was war denn da? Oh. Auf da. Ah, Knabe. 30 und der greift an. Kleinstein, Level 16. Ja, einmal Aqua Knabe müsste weg sein. Ja. Einmal Lebensschuss und es ist fast weg. Buster. Echt? Ja. Den Kopfnuss. Ging daneben. Leatherquartz, Gold Nugget und Gravel. Aber da war ich voll. Egal. Kabuto ist gestiegen. Kabuto ist 25. Äh. So. Vollbit Level 28. Das könnte hart werden. Egal, ich probier's. Ja. Wenn nicht, dann fahr ich mit zurück. Ups. Ja. Wart. Also ich, auch wenn ich blöd, ich probier's einfach. So. Aqua Knarre. Ja. Einmal noch, dann hab ich den. Komm. Ja. 50 xp. Wart, jetzt echt lang Level hier. Ja. Mal her, du Georock. 33. Drei Level noch, dann müsste sich eigentlich mal ein Pokémon entwickeln. Cool. Laut, ähm, Poke-Wiki, aber das ist ja, ich weiß ja nicht, ob die das hier komplett übernommen haben. Meistens schon, wenn's denn klappt. Ja. Dann, jetzt grad nur noch zwei Level. Das. Was ist denn jetzt los? Noch ein Level. Super. Ey, liegt da. Ein Croco, noch ist jetzt Level 29. Aber auch fast tot. Also, die anderen zwei sind ja schon wieder außer Gefecht. Hör, wo hab ich das jetzt rumgelassen? So, nach dem Kampf, würd ich sagen, fahren wir auch echt wieder zurück. Ja. Ich muss nur noch einen Kampf machen, dann entwickelt sich mein Pokémon. Dann, ob ich, ja. Oder auch nicht. Oder hinten. Noch bringen. Ja. Ja, es entwickelt sich. Nice. Dann hast du ja noch richtig was geschafft. Im Gegensatz zu mir. So, wenn du vorhin ans Ende der Landzone kommst, wo wir das erste Mal angekommen sind, da steht noch ein Boot und ein anderes Boot hab ich mir gerade noch gebaut. Können wir noch zurückfahren. Jo. Ja. Ja, nice. Musste ich nochmal einen Anton ein bisschen leveln, dass noch ein paar mehr Psycho-Attacken lernt. Dann läuft es. Gegen Elektro bin ich gesichert. Können wir mich mal. Ja. Sehr gut. Guck mal, wie lange geht die Folge? Ja, wenn wir zurück sind, können wir abmachen oder wie. Genau. Hör du mal vor. Ich hab eine Orientierung wie eine Kokosnuss. Ja. So ein überfahrener Iltis. Ja, genau. Das Schöne ist, man sieht hier immer gleich die Arena, weil man dann da in die Richtung fährt und dann kann man... Ich sehe noch gar nichts. Das ist für mich das Problem. Ich sehe, da hat er glaube ich irgendwas falsch eingestellt. Oder das. Ja, da vorne ist das Pokocenter. Wir sind wieder zu Hause. Ich will heilen. Ich will dann heilen, wenn es geht. 20 Sekunden noch. Kannst du jetzt schon mal die Upmod anfangen? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, Jungs und Mädels. Damit verabschieden wir uns von einer weiteren Folge Pixelmon. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Kommentar da. Ein paar Tricks und Tipps für uns. Wäre vielleicht auch nett. Was für ein nächstes Pokémon können wir vielleicht noch gebrauchen? Was uns gegen die anderen ein bisschen stärker macht. Und ja, schaut auf jeden Fall bei Pixel Spaß vorbei und bei den anderen alle in der Videobeschreibung. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.